Ich bin nicht am Rauchen, ich bin am Dampfen. Okay, Philipp ist gerade am Dampfen zur Entspannung nach der Show. Das ist reinigend Wasserdampf. Mit Vanille-Geschmack. Muss ich auch mal ausprobieren, nach dem Inti. Du, 60% hast am Will gegeben. Gleich ist es nicht aufgegangen? Ist Peter weitergekommen? Ich glaube, ich kann nicht sagen, es ist nicht aufgegangen. Ich glaube, es ist sogar sehr aufgegangen, wenn man davon ausgeht, dass der Will sich heute in der Show die Stimme gesungen hat. Wir sind immer davon ausgegangen, dass er keine Basis in der Schweiz hat. Er hat eigentlich keine Wählerbasis. Und ich glaube, der tausend Applaus im Saal, den wir heute nach seinem Let's State Together gehört haben, hat sich wahrscheinlich gleich in das Schweiz ausbreitet. Und ich bin extrem überrascht, dass er so viele Stimmen bekommen hat. Merci allen, die für ihn abgestimmt haben. Es war noch knapp. Ja, schon. Aber Peter war nicht seine erste Wahl. Jetzt gehst du mit ihm ins Final. Was hast du mit ihm vor? Es ist eben nicht so, dass es nicht meine erste Wahl war. Denn Peter hatte niemand von Anfang an auf dem Schirm. Ich habe ihn umgedreht, ich habe die Stimme gehört. Jetzt sagen sie es in der ersten Fall, es ist insofern falsch, als der Will G ist einfach in einer ganz anderen Liga. Ja, das muss man einfach mal gesagt sein. Und wo der Peter jetzt her ist, wo sie in einer Blindedition ein bisschen her ist, das habe ich gesagt, ich bin gehrt. Eigentlich ist es mir gleich, mit wem wir im Final gehen. Und das Schweizer Publikum hat das so gewählt und das ist gut. Also für mich ist wirklich alles gut. Schön, gut. Dann freuen wir uns auf das Finale mit dem Peter und mit dir. Danke. Danke, Tanja. Schön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich möchte mich jetzt... See you. ...